So, weiter geht's. Der Hunter ist zwar schon auf Level 50, aber er ist unsterblich. Warum denn nicht noch einmal nutzen, bevor ich ihn in die Rente schicke. Und das Ganze immer noch mit Red Sky Line und Mr. Hight. So ein Krach hier oben. Komm, und dann ist es aber besser noch. Na, wie soll ich so weit laufen? Hm. Hm. Oops. Ah, scheiß Krähen. Upp. Moment. Oh. 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 Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. So, der Hüllengeborene ist auch in die Richtung, ne? Mal schauen, dann fällt er hier oben am Berg Hier läuft was in der Hülle Spieler Was ist denn? Ich gehe hier auf die andere Seite Okay, wir gehen da hinten raus Der Dicke ist hier Ich höre ihn Ja Die kommen bei dir, oder? Naja, die kommen bei mir und Der Dicke ist auch hier Scheiße Scheiß Zombie Laufen im Wasser Das Wasser ist hier auf der Seite Hier ist ja noch ein Ausgang Direkt beim Dicken Ja, komm jetzt hier raus Ja, lass das mal machen Ah, der Clou schreit So Wenn sie nicht aufgenommen haben, schreit er bei denen auf Sind wir hier, looted Ich gehe auf der anderen Seite Wenn sie rüberrauben Alter Das ist ja so klar das wundert sich auch gut hier ja das hitteln blutet da eine Gott da macht er zu kannst da links weglaufen hier ist noch offen und hier sind sie hat hitt blutet und ist gestorben Kohle gebrennt da wird jetzt gelöscht ja ich treff schießen wir gegen die Wand ja da unten drin und er trifft mich ich sehe es noch nicht jetzt schießen wir alle gegen die Wand und aufsache der Dicke kommt nicht hä 10 nicht hat er 2 was wie geht das denn hä ja durch den Stein durch oder was durch den den würden schießen können die so schießen ja ja hier müssen sie noch was tun ja mehr treffen kann ich kann ich ja auch nicht alter das funktioniert noch nicht da muss nur was von hinten kommen ne ähm äh äh warum ich nicht in der Dicke kommt aber nicht scheiße wir hatten den jetzt angelockt aber wieso brenn ich denn schon wieder Ja, die haben ihn gehoben, natürlich in der Zeit. Was hat er denn fallen lassen? Gut an der Fall. Ich glaube hier von links. Ja, komm hier von links. Links, dann rechts. Und noch einer? Hm. Ich war doch schon weg. Und unterm Stein da. Da hat er die Fledermäuse verscheucht. Oben. Nee, doch nicht. Entschuldigung. Gott sei Dank. Sehr schön. Das war eine gute Idee von denen rauszukommen. Aber man kann sie jetzt immer, immer looten. Ja. Anscheinend schon, ja. Du brauchst gar ja nichts. Du brauchst ja gar nicht mehr. Der bringt ja nur Geld. Ich darf mal kurz noch ein paar Bienen raus. Das sind tatsächlich zweimal vier Schusssägen, ne? Ach ja. Eine Schattengesichtboost ist das. Ach komm, warum nicht? So. Eure Entscheidung, also ich hab den Unsterblichen mit. Mir ist es egal. Halt. Was sagst du? Ja, mir egal. Los hin, wir sind doch Unsterblich. Nee. Ich glaub, einer nicht. Ich nicht. Und mir ist es egal. Ich hab meinem Verkauf verkauft. Oder Renten geschickt. Achso. Das mach ich erst, wenn er noch einmal stirbt. Wenn er denn jemals stirbt. Ja. Warte. Oh fuck, hab ich den scheiß, du. Also ich hab ihn nicht. Oh fuck. Oh, ich hab den von irgendeinem aufgenommen, ne? Nee. Ach nee, ich hab ihn selber aufgenommen. Ich wollte, da war er schon weg. Also ich war nicht traurig. Ich wollte den Trend aufnehmen, da ist er auch weggekult. Mhm. Ist der Weg. Hm, haben wir hier schon mal angegriffen? Glaub nicht, ne? Nee, weiß ich noch nicht. Also ich hab mich schon mal gestorben. Das war mein erstes Spiel. Das macht Mut. Das war auch mein erstes Spiel hier. Wir können dir ja sagen, wer es ist, aber das ist, glaub ich auch egal. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Also einer ist auf... Da auch? Ja. Ja, nordöstlich. Ich geh mal gucken. Ich kann mich gleich töten. Ja, sitzt da. Okay, die checken auch gerade. Haben sich auch drüber unterhalten. Da sitzt auf jeden Fall einer hinter, ja. Da ist dein Fenster. Down. Alter, das ist nicht dein Ernst. Sie ist mal machen, ne? Hm. Aber der Mate da hinten ist auch down. Immer noch da oben. Und irgendwie ist ja links hier auch einer, ne? Ja. Faut sich, guck doch mal schnell. Hopp rein. Muss hier hier irgendwo sein. Der eine ist auf, ist da. Genau. Die Dame kommt hier oben. Oh Gott. Jetzt war ich so nah dran und hab trotzdem nicht getroffen. Oha. Noch einer von weiter weg. Ne, noch nicht. 22 Meter. Ja. Ja. Genau, einer ist da drin, oben. Und einer ist ein bisschen weiter dahinter. Ich hab leider keine Sicht mehr. Hm. Ja, man hört sie ja. Genau, läuft da drin. Ich kann ja irgendwo durchgucken. Ja. Oh, noch nicht drin. Na ja, die aimen jetzt erst mal mich ab. Und sie können. Links steht wieder. Ne, steht nicht. Das ist der, der mich gekült hat. Der geht zum Aufleben. Vorsicht, rechts kann immer noch rausschießen, ne? Ja. Oh, ich komme nicht hoch. Nicht da lang. Oh. Halt. Wenn ich sehe, wo der liegt. Ach da. Direkt vor der Nase. Da links. Guck da, guck da. Links, links, links. Da, dahinter der Annebel. Genau dahinter. Da kommt er. Ich will auch noch mal sicher gehen. Ich will auch noch mit, Junge. Kann ich auch, Junge. Also, ich will auch noch mal. Vielleicht check auf mal. Oh, ganz nah. Hier, hier. Komm hier. Rechts. Start. Uiuiuiui! Sehr schön! Oh, das war aber ganz knapp vorausgebrannt! Ich hätte erst mal den Knüppel wiederholt! Wo war noch der andere? Na, der hast du leider ausgefangen! Schon! Ja, ich glaube, niemand darf auch sein, ich bin los! Na gut! Das hat doch gelohnt, oder? Ja! Komm mal raus! Ist ja immer noch nicht tot! Ja! 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 Keine Zombies! Ja! 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018